Für die gezielte Massage und zum Lösen von Verspannungen an der Außen- bzw. Innenseite der Oberschenkel empfehlen wir Ihnen ein effektives Faszientraining mit dem Pinofit Faszienroller. Gleichzeitig aktivieren und stabilisieren Sie während der Übung die Bauch- und Rumpfmuskulatur. Legen Sie sich auf die Seite und stützen Sie sich auf dem angewinkelten Unterarm ab. Positionieren Sie eine Oberschenkelaußenseite auf dem vorderen Rand der Rolle oberhalb der Kniescheibe. Den oberen Arm stützen Sie vor dem Oberkörper mit flach aufliegender Hand am Boden ab. Stellen Sie das oben liegende Bein über Kreuz nach vorn auf und heben Sie das Becken an. Rollen Sie entlang der Oberschenkelaußenseite in Richtung der Hüfte und zurück. Achten Sie immer auf Ihre Körperspannung und versuchen Sie nicht in der Hüfte abzuknicken. Legen Sie sich auf den Bauch und positionieren Sie eine Oberschenkelinnenseite auf dem Roller. Das andere Bein verbleibt am Boden. Stützen Sie sich auf den Unterarmen ab, sodass sich die Ellenbogen unterhalb der Schultergelenke befinden. Rollen Sie entlang der Oberschenkelinnenseite in Richtung der Hüfte und zurück. Achten Sie immer auf Ihre Körperspannung. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020